Jaguar macht Vorrohr mit dem frischen F-Type. Und das nicht nur wegen seiner betörenden Form. Schöner ist zurzeit kein Sportwagen. Auch im Innenraum sitzt alles. Die Details sind schön gearbeitet und das Auge wird mit viel Leder erfreut. Eine Schau sind die Lüftungsdüsen, die nach dem Start aus dem Armaturenbrett hervorruhen. Dann beeindrucken aber vor allem andere Sachen. Die 380 PS genügen voll und ganz, um bei den großen und schnellen auf der Autobahn mitzuspüren. In der Spitze sind 275 kmh drin, dann allerdings rühren die Rohre. Ökologisch korrekt ist das nicht. Selbst seit zahmer Fahrt brauchte der F-Type 7,5 Liter Super auf 100 Kilometer. Im Durchschnitt waren es sogar 13,1 Liter. Das liegt vielleicht auch am hohen Gewicht. Trotz Leichtbau und viel Aluminium wiegt das Coupé 1,6 Tonnen. Doch auf kurvenreicher Strecke wird das bestens kompensiert. Hier kann das Auto endlich zeigen, was in ihm steckt. Und wer es richtig krachen lassen will, wählt den Race-Modus. Der ist allerdings nur was für Können. Schaut sie. Jaguar versucht sich in der Welt der Premium-Autos zu etablieren. Mit dem F-Type sind sie diesem Ziel näher gekommen. Denn so mancher Kunde im Autohaus greift neuerdings zum Briten und erhält ein großes Talent für die eilige Kurvenhatz. Natale Kundeil Vielen Dank.